Gebrochen hat was denn? Du hörst doch was. Ja, vorhin hat eine Zuschauerin geschrieben, es ist immer noch Herbstdeko bei uns. Wir sollen mal anfangen, weihnachtlich zu dekorieren. Also habe ich das direkt mal übernommen. Ich höre ja auf unsere Zuschauer. Denn ab heute ist Weihnachten, weil, hast du es jetzt auch gelernt, weil ab heute nämlich der Grinch in den Kinos anläuft. Falls Sie es noch nicht mitbekommen haben. Der Animationsgrinch. Und Otto spricht den Grinch. Das lohnt sich. Ich habe Ausschnitte gesehen, es ist voll süß. Und sollten Sie viereinhalb Stunden heute zugeguckt haben und mitgezählt haben, wie viel, wie oft Katrin, Katrin, Katrin weiß ich nicht, wie oft Katrin. Wer bist du und was machst du hier? Das frage ich mich auch oft. Ja, und warum sind es 5 vor 10? Ja, und wir sind hier in heftiger Diskussion über Düfte, weil Robert neben mir, lass uns über Düfte sprechen. Ja, vielleicht liegt es da. Herr Müller-Gude, wir haben, wir haben, was haben wir heute gelernt? Wir haben gelernt, dass... Morgen ein Date ansteht. Ein ganz wichtiges. Aber ganz süßes Bild zum Ende. Vanessas Hund hat einen Pulli. Weil es ja so kalt wird. Meteorologischer Wind. Ich darf mir aber, ich musste den kaufen, weil der so lustig war. Der war so unglaublich teuer. Aber es war...